Derby-Time in der zweiten Tennis-Bundesliga. Der LTCC Rot-Weiß empfing den TC Blau-Weiß zum Berliner Stadtderby. Knapp ein Kilometer Luftlinie trennt die beiden Clubs gerade einmal voneinander und die Zuschauer auf der gut besuchten Anlage rund um das Steffi-Graf-Stadion kamen schon bei den ersten drei Einzelnen voll auf ihre Kosten. Nach dem Zweisatz-Erfolg von Romain-Joan erhöhten Sebastian Rieschek und Marcin Gavon auf 3 zu 0 für die Gastgeber. Die beiden Letzgenannten mussten deutlich mehr kämpfen. Rieschek drehte Satz 1 nach Break-Rückstand noch in ein 6 zu 4, verlor dann aber gegen Niklas Braun scheinbar völlig den Faden. Ziemlich ausgeglichener erster Satz gewesen. Am zweiten war ich dann ein bisschen kaputt, weil er mich ein bisschen kaputt gespielt hat und dann habe ich mich ein bisschen frisch gemacht und dann war ich am Ende der Glückliche. Braun, Vizemeister des Tennisverbandes Berlin-Brandenburg, schnappte sich den zweiten Durchgang in starker Manier mit 6 zu 0. Match-Tie-Break war angesagt und da kämpften beide Berliner vor einer beeindruckenden Kulisse um jeden Punkt. Ja, es ist natürlich cool hier bei so einem Derby dabei zu sein. Ja, enorm ist natürlich ein Weltklasse-Feeling. Wie in einem großen Center-Court. Wie in alten Zeiten. Rieschek schien das deutlich mehr zu pushen. Sein Gegenüber konnte dem am Ende nichts mehr entgegensetzen und musste sich schlussendlich geschlagen geben. Ja, es ist immer ein bisschen unglücklich, immer im dritten Satz der Match-Tie-Break. Hat er gut gemacht und im dritten Satz war ich der Unglückliche heute. Auch Brauns Mannschaftskollege Laszlo Ruzia Fuentes war nach Satz-Rückstand noch einmal zurückgekommen und führte im finalen dritten Satz bereits mit 8 zu 7. Doch auch ihm unterliefen in der entscheidenden Phase einige Fehler zu viel. 8 zu 10 hieß es im Match-Tie-Break aus Sicht des Blau-Weißen. Die Nervosität war bei uns beiden anzusehen. Von daher kann man nicht wirklich sagen, woran es gelingen hat, spielerisch. Sondern ich denke mal, es ist eher so ein mentaler Aspekt, der am Ende einen Aufschlag gegeben hat. Nach der verletzungsbedingten Aufgabe von Daniel Altmaier im Spitzen-Einzel brachte Friedrich Klaasen die Gäste noch einmal auf 2-3 heran. Auch wenn er nicht ganz zufrieden mit dem eigenen Spiel war, setzte er sich dennoch gegen den rot-weißen Youngster Robert Strombach glatt in zwei Sätzen durch. Ja, ich denke, dass die Erfahrung sicherlich ein bisschen eine Rolle gespielt hat, dadurch, dass der Robert noch ein bisschen jünger ist. Einfach hat man vielleicht auch gemerkt an den wichtigen Phasen, dass er da mal einen Doppelfehler mehr serviert hat oder mal einen einfachen mehr rausgespielt hat. Ich habe versucht, irgendwie den Ball im Spiel zu halten. Und ich denke, dass hat am Ende so ein bisschen den Unterschied gemacht. Somit lag es nun an Top-Talent Rudolf Mollecker, seine Farben gegen Bastian Wagner in Front zu halten. Es war ein Mix aus Kampfspiel und stark herausgespielten Punkten auf beiden Seiten. Bei sehr warmen Bedingungen sicherte sich Mollecker dennoch Satz 1 mit 6 zu 3. Doch sehr zur Freude der zahlreichen Zuschauer blieb auch durch Gang 2 weiter sehr eng. Mollecker behielt letztlich dennoch die Oberhand, auch dank einer im Spiel geänderten Taktik beim eigenen Aufschlag. Es waren jetzt beides nicht so die besten Sätze, aber im Nachhinein, im zweiten Satz, habe ich mich ein bisschen besser reingekämpft, besser aufgeschlagen. Vor allem auf der Advent-Tipp-Seite habe ich versucht, den Kick nach außen. Es hat gut geklappt und dann habe ich den auch ab und zu ein bisschen häufiger gespielt und dann habe ich mehr Punkte erzielen können. 4 zu 2 nach den Einzelnen für das Heimteam. Damit war klar, Rot-Weiß benötigte noch einen Sieg aus den verbleibenden Doppeln. Und direkt im ersten beendeten Match kam die Entscheidung für diesen Spieltag. Das Duo Richie-Gavron ließ dem Gäste-Doppel keine Chance. 6 zu 1, 6 zu 2 und damit der Sieg für den Gastgebenden LTTC. Wir wussten, dass es heute ein hartes Match wird gegen Blau-Weiß, der Berlin-Klassiker, und sind natürlich dementsprechend super erfreut über das Ergebnis. Der LTTC Rot-Weiß hat den Klassenerhalt damit so gut wie sicher. Ganz im Gegensatz zu den Gästen vom TC Blau-Weiß. Die im Endeffekt knappe 4 zu 5 Niederlage bedeutete die dritte Pleite in Folge. Wir sind natürlich mit sehr großen Erwartungen heute hierher gekommen. Wir hatten schon ein deutliches Ziel, das Spiel heute zu gewinnen. Aber natürlich, ich bin ein Kämpfer und meine Mannschaft auch. Und ich denke mal, dass wir auch noch die nötigen Siege einfahren werden. Das Derby hat definitiv gezeigt, dass man in Berlin großartiges Tennis sehen kann. Klare Siege und enge Matches auf beiden Seiten. Mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Dennoch sollte man gerade als Berliner Tennis-Fan auf eine Neuauflage in der nächsten Saison hoffen.